Wir haben den Schwachpunkt gefunden. Aha, du Profi, ey! Du bringst ihn raus. Komm, komm, komm! Hi Leute, wir sind heute da, um was Gutes zu tun. Wir müssen gleich mit diesem Kateroskop drin spielen. Es gibt zwei Probleme. Erstens, man sieht ziemlich schlecht dadurch. Zweitens, ich muss Julius, glaube ich, so zehnmal sehen. Ja, wir werden aber unser Bestes geben, denn wir wollen etwas Gutes tun. Für jede Berührung, die wir schaffen, man sieht echt überhaupt nichts, wird es eine kleine Spende durch die Toyota Crowd geben. Packen wir es. Richtig deine Schokoladenseite, die ich jetzt sehe. Na komm, zehn schaffen wir. Habe ich? Ja. Ja. Da sieht man den Abwehrspieler hier drauf. Hast du gedacht, ich schlage, ne? Na ja, machst du gut. Komm! Weiter! Schön, gut gemacht. So, Clemens, hast dich gut geschlagen. Mit Brille hast du mir noch besser gefallen als ohne. Danke. Wir haben unser Bestes gegeben, haben alle Kontakte erspielt, die wir erspielen mussten und die genaue Unterstützungssumme, die seht ihr hier. Und ich packe dir gleich in Form dieses Vouchers in den Koffer rein. So, Julius, jetzt ist es soweit. Endlich dürfen auch wir unsere Gegenstände in den Koffer packen. Den hat der Team Toyota Grobian ja schon halb zerlegt, aber ich glaube, aufmachen kann ich ihn noch. Hoffentlich kommt er überhaupt an, ne? Also, ich habe mir für meinen Gegenstand ein Trikot ausgesucht. Dieses hier. Das ist aus Rom. Und zwar haben wir da das World to Final gespielt und sind mit dem Resultat mal Zweiter geworden. Mit dem Resultat quasi für Olympia qualifiziert. Unterschreibt das doch mal. Mit Schweiß noch. Original Schweiß. So, das kommt schon mal in den Koffer rein. Ja, ich habe unsere WM-Hose von 2019 in unserer Heimatstadt Hamburg am Roten-Baum-Stadion. Teilweise 12.000 Zuschauer. Und am Ende sind wir noch Vize-Weltmeister geworden. Für mich etwas ganz Besonderes. Und die muss auch unbedingt mit in den Koffer. Und natürlich unbedingt unterschrieben werden, ey. Macht er nicht so häufig. Wo ist denn hier noch Platz? Wenn du zugemacht hast, ist, glaube ich, alles drin. Und wir können den Koffer guten Gewissens auf seine Reise schicken. Ah, komm. So wird er dann ankommen und die Hälfte wäre rausgefallen. So, Matze, gehen wir nicht mehr. Der geht direkt los. So. 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 So.